Musik Musik dieeste wohl. Ich muss erstmal wieder hier hochkommen. Mann, 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 Mann. Hey. Musik Musik So. Das war da. Wie fanden wir noch? Ah doch. Okay, die sind auch zu Okay, das haben wir auch Jetzt kommen wir noch ein bisschen hier unten Das ist wieder ein bisschen easier Oh, dann ich aber keine mehr Ach, die werden hier so viel Öl fallen lassen Kommt zu mir alle Oh, da war noch einer Schön Oh, Gottes Willen Bald haben wir es geschafft Bald haben wir es geschafft Bald Werkbank, Werkbank, Werkbank War hier ohne Werkbank? Da ist wohl Werkbank So, dann haben wir jetzt hier von denen ein paar Fünfe Fünfe und Stickies brauchen wir So, 31 Komm auch nicht so weit mit hin Okay, für das erste Müssen wir das erstmal mit Leben Zumindest für jetzt Gut 31 Stück Tolle Wurst So Nein Danke Okli-dokli Das ist doch jetzt mies Ich glaube, da muss ich Alter, was ist denn draußen los jetzt? Jetzt ist orange draußen Alter Verwalter Alter Verwalter Das ist also Als ob hier die Apokalypse gerade beginnt Ja, hier Feuerball und sowas Da sieht gerade übelst aus draußen So Ach, liebe Leute Liebe, liebe Leute Ja Das kann so nicht weitergehen Das kann so nicht weitergehen So Wir brauchen jetzt Wir brauchen Wir wollten uns Das Ding enttiefer bauen Hier Wir brauchen eine andere Höhe Für Unseren Bauelement hier Mach dich mal weg hier Oh So Zack, 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 zack Wir haben so ein tiefer Bound hier Gucken, ob das jetzt genau ist Toll So So Wir müssen jetzt nicht wollen Sieht schon ganz gut aus, ne? Du bist natürlich Fehl deinem Platz So Möchten wir gerne haben Ja, nice Kann man fast so lassen, ne? Komm nicht, nage noch dran Hauptsache nochmal rumstöten Au 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 Okay Ist halt so Nehmen wir es mal so hin Wilduntergang Da tauchen die Raumschiffe von Independence da ja aus Und die Wolken auf Ja, das wäre geil Also manchmal sehen natürlich die Wolken wirklich so aus So dass da jeden Augenblick Irgendwas da vorbeikommt So So lassen wir es So lassen wir es Eigentlich wollte ich euch auch noch eine Reihe machen Aber ich hab mir so viele von den Von denen hier Lass es mal so Ja, gut Dann müssen wir doch mal jetzt lostingeln Und uns ein bisschen Pinienholz holen Ja Aber das fehlt natürlich jetzt wieder Pinienholz Pinienholz Ich mach das Was ein Pinienholz kann Was? Weil davon arbeitet so viel So viel ist gut Wir haben gar nichts davon Lass mal so die Erdbeer aufsammeln Mal ein bisschen aufräumen hier Ganz Dreck Staub und Dreck Und Dreck und Staub Wer darfst du ja sauber machen? Die Nicole Ach, herrlich So Aber was ist denn mit Steam schon los? Steam hat schon wieder ein Update eingereiht Das ist der Nachteil Wenn man so viele Spiele hat Das gibt immer irgendwo ein Update Okay, ich muss da unbedingt Bäume pflanzen Das ist da ganz schön kahl So, Pinienholz Aber ich muss gerade mal kurz aufstehen Und jetzt endlich mal wieder Fans aufmachen Das ist hier gerade ziemlich warm drin Das ist jetzt sowieso Glaub ich eine saubere Luft draußen Wurde alles jetzt rumgespült Da ist Pinienholz Ey Da müssen wir hin Eiche, Eiche, Eiche Pie So Schaffen wir das jetzt? Ich glaube nicht Oh So Zack Ah, da hängt noch Da hängt noch eine Pist Und wir können wieder abwärts Hä? Woher kann ich dich nicht mitnehmen? Kurios Kurios Ich bin jetzt mitgenommen Sieht so aus, ne? So Ist ja Eiche, Eiche, Eiche Da sind sie Pinien Da sind sie Pinienholz Pinienholz Alter, was ist da oben ja los? Ach Das ist gar nicht der andere Baum, ne? Ja So Ja, ich glaube ich bin mal gespannt Ja, ich muss jetzt das erste Mal jetzt Wirklich mal auf hier Um das nachher halt auf YouTube drauf zu laden Ähm Wie nachher die Qualität ist Da hab ich mal gespannt Ist das schon mehr dunkel, ey Wollen die mich verarschen? Können doch keine sieben Minuten wieder rum sein Na los Ab nach Hause Alter Guck mal, wie das aussieht, ey Hä? Wenn da nachher noch die ganzen Fackeln dran sind Wie das richtig am leuchten ist Dann sieht's schon nice aus, ey Ich find, dass es toll aussieht, ey Ich find das gut Ich find das gut So Auf nach Hause, ey Bin schon dunkel Zack, zack, zack Huch So So, ich glaube Onkel Joe hat recht Als er in E-37 von Äh Gesagt hat Dass er der größte Vorherbstmier vorbei ist Ja, ich denke auch Ich denke auch Ich versuche zwar immer wieder Neu Neu Fuß zu fassen Sag ich mal Aber Ich glaube nicht Wenn die das nicht Guck mal, es geht ja schon los Wenn die ein HD So ein HD-Bild haben Das müssen dann aufgeteilt werden Auf linke Auge, rechte Auge Ähm Dann hast du kein HD mehr Ja Und von daher Nee Nee, nee Das dauern noch bis das alles gut läuft Was wollen wir machen? Schlafen gehen Schlafen gehen So Alles gleich Wir haben Was haben wir jetzt? Bienenholz Machen wir ein bisschen was von Oh ja Müssen wir aufpassen Altes Bienenholz Das ist Eiche Darf ich euch aufpassen Nicht, dass da gleich wieder Auf einmal Eiche reinknallt Das wäre ungünstig Hoch Hoch So und so So und so Boah Dann fänden wir natürlich noch Weil wir uns so n dicken Kohlleuchter hier unterhängen lassen würden Boah Alter Das wäre doch geil Wir tapezieren Toll gewesen? Ahja. Unser Baugust. So, jetzt holen wir das ganz von vorne. Guck mal da. Ähm, Onkel Joe. Der Onkel Joe. Der hat doch lange Haare, ne? Ey, den gesehen habe ich, ich dachte, ohne Wetter, ey. Oh, was ein Typ. Der ist auch ehrlich, ne? Gefällt mir nicht, zack, geht erstmal weg. War schon recht amüsant. So, 20 habe ich noch, komme ich nicht mehr mit den. Verdammte Tat. Oh. Vier. Wie viel noch von den Pinien? Dann bekomme ich nichts, ne? Mist. Ja, müssen wir nochmal zwei, drei Bäume runter, äh, nochmal fällen. Dann haben wir es ja auch gar nicht geschafft. So. Dann gehen wir uns aber nochmal kurz auf Reihe, auf, ähm, die ganzen Zullen. Mal ein bisschen Pinienholz. Dann haben wir es gleich geschafft. Gleich das Dach fertig. Oh Gott, deswegen, wie lange war das Dach gebraucht? Boah. Fast zwei Stunden, ey. Hält halt auf, ne? Gerüst bauen. Hier und da. Weil wir wollen ja nicht, dass wir in Creative Mode sind. Das wäre ja schummeln, ja? Das wäre ja schummeln, wenn man da vor sich herumschwebt. Deswegen machen wir es schön, immer mit Baugerüst bauen. Ja, und Abzäunung und Pipapo und, ne. So viel ist das in Ordnung. Aber ich brauche jetzt das Fenster wieder auf. Fenster müssen wir auch noch bauen. Glas. Ja, Glas müssen wir machen. So. Zack, zack, zack. Die Bohne. Und jetzt geht's wieder abwärts. Dann müssen wir gleich noch ein paar Bäume pflanzen, dass hier ein bisschen Nachschub wieder kommt. Wie sieht das aus, ey? Ohne ganzen Wald hier soll aber auch Pflanzen nichts Neues an. So, und da noch was hin. Ich baue ja gerne. Ich baue einfach gerne. So, und das noch weg. Die weg. Das weg. Ohne, kommt der Baum noch. Dann sollte man genug haben für die Reihe noch. Uh. Nein, das sieht schon gut aus. Das sieht gut aus. So. Den noch, den noch. So, jetzt mal. Halt. Doch. So, wie viel haben wir? 39? Oh, da können wir genug mit raus. Ach, hundertprozentig. Hundertprozentig. Und der Überschuss machen wir Stickies raus. Da machen wir dann Stickies raus. Zack, 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 zack. Um dann nachher den Zaun da umzubauen. Zaun, mal gucken, ob wir das Zaun machen oder ob wir das anderes machen. Gefällt mir schon. Gefällt mir ganz gut. Onkel Joe ist super. Ja. Der ist richtig super. So, und die wieder hoch. Ich glaube, den Gleiter müssen wir umsetzen. Ich glaube, die müssen wir ein bisschen umsetzen. Pinien. So, meine Damen und Herren, das Dach ist fertig. Das Dach ist fertig. Mit indirekter Beleuchtung. Ja. Hier ist hier auch so eine dicke Wand. Ne. Könntet ihr dann Probleme kriegen, ne? Mit dem Schrank vielleicht. Wir lassen das erstmal so. Wir lassen das erstmal so. Ansonsten machen wir gleich komplett dick hier zu. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, wie sich das fällt. Später mal. Ja, super. So, Bauguss ist noch weg. Obwohl, hier müssen wir Fenster rein, ne? Hier müssen wir Fenster rein, aber dazu brauchen wir erstmal Glas. Ich bin ein bisschen hungrig. Wir sind hungrig. Schauen wir uns mal ein bisschen was rein. Ja, geil. Und. Achso. Wohl ernährt. Oh. Wohl ernährt. Da denn. Ernähre ich mich auch mal zum Wohle? So. Jam, 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 jam. Ja, dann bauen wir mal kurz weg. Und dann beim Dings dauert noch ein bisschen mit den Fenstern. Halt. So bin ich auch nicht. So. Zack. Die Bohne. So. Grüß ist weg. Ja, das wird echt fett, wenn hier so ein dicker Krone euch da runter hängen würde. Na cool. So, hier brauchen wir natürlich noch so einen Zaun oder sowas. Müssen wir mal schauen, was wir bei dem bauen. Jetzt wieder Dreck aufhegen. Dreck, Dreck, Dreck. Den bringen wir jetzt weg. Was? Ja. Dann müssen wir jetzt ein bisschen Sand holen, um dann Fensterscheiben zu machen. Ja, die fehlen, die fehlen jetzt auch noch so ein bisschen. Und dazu müssen wir, ja, ihr wisst es, da runter. Wir müssen da runter. Wie wir runterkommen, ich habe keine Ahnung. Entweder brechen uns jetzt gleich alle Geräten, stürzen ab. Oder wir haben Glück. Und wir schaffen es. Nur mit dem Hochkommen ist ja das Problem. Aber ich mache jetzt erst, ähm, Dingens, Fenster auf. Weil es ist in der Bude, wäre übelst warm. Ja. Also, kleiner Blick. Ich mache Fenster auf. Und dann geht es weiter. So. Ja, wäre die Kopfhörer. Und jetzt haben wir alles wieder. Oh, Gott, das wäre ne. So, Lüfter auch mal auf Stufe 2 gestellt. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich kann schon warm hier dran. Muss ich ja schon sagen. Ja. Ähm. Wollen wir alle mal schöne, liebe Grüße mal an Lini schicken. Ja. Die leider hier den ganzen Abend nichts in den Chat reinschreiben kann. Liebe, liebe Grüße an Lini. Das würde ich mal sagen. Komm. Hauptsache mal alle raus. Schöne Grüße an Lini. So. Ja. Komm, was gesagt wird es dunkel. Klasse. Gut. Dann gehen wir halt den nächsten Tag, also morgen, gehen wir halt erstmal ein bisschen wieder. Wo ist das Bett jetzt schon wieder? Ach, das Bett habe ich jetzt. Geil. Kann ich jetzt nicht oben schlafen. Das Bett kann ich jetzt hier nicht aufbauen. Ähm. Fehlt natürlich noch ein Bett. Ich will noch ein Bett hier haben. Ja. Und dann. Oh. Liebe Grüße an Lini. Da haben wir es für dich. Lini, das ist für dich. So. Dann haben wir das auch. So. Dann bauen wir uns jetzt noch ein Bett hier hin. Zack, 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 zack. Ich werde es dann ausrichten. So. Können wir ja mal gucken, was da los ist. Wir brauchen jetzt. Jetzt müssen wir was machen. Wir wollten da oben so einen Zaun hinbauen. Zaun. Zaun haben wir. Haben wir noch was da unten? Haben wir noch was hier unten in unserem Kabuf? Haben wir hier noch was drin? Zaun? Wie viel? Neun. Neun vom Zaun. Können wir damit hin? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht kommen wir damit hin. Vielleicht auch nicht. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ups. Geil. Passt sogar. Nice. Genau auf dem letzten Stein. Geil. Geil. Wie ein Nomad. Ja, fett. So. Hier kommt die Küche rein nachher, ne? Unsere Riesenküche. Aber vielleicht trenne ich das hier nochmal ab. So ein bisschen. Das weiß ich noch nicht. Hier kommen wir wieder zu unserer Küche rein. Küche, bauen wir. Oh. Wie mach ich das denn mal mit dem sten? Vielleicht vielleicht noch Stein. Mal gucken. Mal gucken. Da muss ich uns einfallen lassen. Und ansonsten. Ansonsten. Ja. Oben jetzt noch Fackeln verteilen. Dass es so oben ausgeleuchtet wird. Ähm. Wenn sie wieder zurückkommt. Die ist gerade busy. Ach so. Ja okay. Dann ist es halt so. Da schauen wir nochmal. So. Wir machen jetzt. Wir brauchen jetzt. Was wollen wir jetzt machen? Wir gucken mal eben kurz auf unserem. Wunderschönen. Ding. Ach wir müssen Brot noch machen. Brot. Weil ich jetzt gerade ja sehe. Dass der fertig ist hier. Was haben wir hier noch? Das ist fertig. Oh, rote, rote Biete. Bombeer ist wieder fertig. Der ist fertig. Zwielpflanze ist auch fertig. Oh. Was haben wir hier noch? Karotten. Aha. Erdnuss. Erdnuss muss auch noch ein bisschen anpflanzen neu. Au. Nein, nein. Ah, Erdband. Ja, hau doch mal Erdband. Wie sieht es mit euch aus? Rhabarber ist gut dabei. Ach, da ist Rhabarber. Pass auf, darauf warten wir, bis die anderen auch fertig sind. Dass die einheitlich dann nachher zum Pflücken sind. Genauso wie diese hier. Da warten wir noch. Da warten wir noch. So, raus damit, raus damit. Mal gucken, ob wir den gleich irgendwie mal anpflanzen können. Zack, zack. Ups, du kommst jetzt zurück. Ähm. Wollern hier so. Gut. Dann. Dann, dann. Ach, da ist er. Süßkartoffel. Ey, wir wollten noch was testen, ne? Du kommst mit. Weil, dich müssen wir jetzt ja einmal in den Ofen schieben. Ging jetzt nicht so? Einfach so in den Ofen rein? Nein. Natürlich nicht. Dann, äh, müssen wir, glaube ich, hier drauf gehen. Wie ging denn nochmal? Wie ging denn nochmal? Brot. Eigentlich war es doch so. Drei nehmen dann da. So, neun. Zack, haben wir noch ein bisschen Brot. Komm gleich hier vorne rein. Ähm. Hier war es glaube ich drin, ne? Ja. Zack. Nein, du nicht. Du. Und das war's. So, hier ist sogar noch ein Apfel drin. Den nehmen wir da noch mit rein. Ähm. Das ist gebratenes Hühnchen. Das geht auch schon. Ja, so langsam kommt ja alles. Brot brauchen wir ja auch für die Cheeseburger. Da, hier. Die sind das nämlich. Käse. Warum noch? Käse brauchen wir noch. Käse kriegt man aus Milch, ne? Ja, macht ja Sinn. Also brauchen wir Kühe. Also. Woraus kriegen wir... Warte mal, geht irgendwas drin hier? Pass auf, das kriegen wir schon hin. Das heißt, wir müssen jetzt langsam unsere Wiese fertig kriegen. Wo wir ein paar Tiere, ähm... hintüddeln. Damit wir Kühe machen und locken können. Alter Falter, ey. Wir kommen hier noch nicht weg. Also Reise sehe ich noch nicht so ganz wirklich. Wir müssen erst zu sehen, dass wir hier unsere Wiese fertig kriegen. Wo unsere Kühe nachher draußen sind. Oder Tiere allgemein. Schweine, Ziegen, Schafe. Pass auf, dann brauchst du nämlich alles schön hier so hin. Die Reihe hauen wir noch weg. So. Diese machen wir weg. Diese Reihe. Oh wei. Da haben wir uns wieder was vorgenommen. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. So. Kürbisse, die müssen wir gleich wegpacken. Nicht, dass die gleich kaputt gehen. Die Bäume schweben ja vor sich hin. So muss es sein. Zack. Erde klatschen. Erde klatschen. Wir klatschen alle mit der Erde zusammen. Was? Was? Oh. Keine Schaufel mehr. Keine Schaufel mehr. Das ist doof. Wir müssen aber unbedingt mal Steine sammeln ey. Weil Eisen schaufeln sowas ist ganz schön teuer in der Zeit. Dann machst du halt eben mit der Hand. Diese sechs Stück jetzt noch. Oh. Noch ein bisschen mehr. So. Wer schaufelt denn so? Ja. Ja. Also. Hier kommt gleich hier weg, ihr Kürbisse. Die Bäume müssen weg. Machen wir mal ganz schnell. Kurz im Prozess. Gucken wir jetzt ja super dran. Und du auch noch weg. Weil wir brauchen jetzt eh Zaun. So. Die müssen auch noch weg. Die müssen auch weichen. Wie egal. Wie schön so ne. Schöne. Kühle Luft hier rein kommt. Sehr schön ey. Ich höre natürlich nur. Dass heute Nacht keine wieder kommen. Ich schlafe hier ein bisschen unruhig. Was ist mit dir denn hier? Ekoholz. Du bleib stehen ey. Ich bin sie nicht abgebaut.